Ach, man macht sich ja auch so seine Gedanken, die hatte ja da mal so Bilder drin. Ich hatte das ja, wie Maynard mal, jetzt zeigt die eine Schnalle da, die diese Xalex, das SFE, die Haare von hinten, da hatte Maynard gesagt, was die da auf dem Kopf hatte, das hier schlüsste Schadigstrüpp. Hey, überleg dir mal eins, wie alt wir sind und das sind irgendwelche, wie sie mich, mit 50 oder in 40, die da vor sich rumkrebeln und die den ganzen Tag wirklich nichts anderes zu tun haben, als andere Leute zu beobachten. Dann hab ich ja hier mal bei YouTube, hab ich ja mal die Videos da von diesem Xander-Viech, schon der Name, ja. Kinder-Videos mit kleinen Püppchen, pervers.